Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hey Leute, ich habe hier einen Ventskalender für dich. Das sah so gut gestellt aus, ne? Nein. Ich habe schon so früher dahinten zu der Tür geguckt, weil ich warte, wenn du zu spät reingekommen bist. Nur mal kurz. Nein Spaß, komm rein. Komm rein. Also, hey, ich habe hier einen Ventskalender für dich. Die kannst du gerne auspacken. Zum Beispiel. Natürlich habe ich noch aufgemacht. Naja. Auf jeden Fall sind hier ganz viele Chips. Das wird heute unser Mittagessen, glaube ich. Okay, wir können dir erstmal auspacken, oder? Komm mal. Kriege ich die Hälfte ab? Nein. Mehr als die Hälfte? Nein. Überhaupt was? Nein. Also, ich entscheide, wer Melks aufmacht. Also, mach ich erstmal die... Eins auf. Nein, ich mach so ein paar auf und dann bist du... Oh, komm ich die. Sag ich die auf. Oh, wie süß, wie klein die sind. So. Ich mach dann auch mal die Nummer zwei auf, weil ich entscheide über Melks dran. So, was ihr meinen. Ihr wollt auch wieder haben. Also, ich mach alle auf, aber ich kann sie dir gehen. Aufgemacht. Popcorn? Okay, die kann ich ganz... Ähm... Äh, jetzt warte mal her. Wieso ist denn da Popcorn drin? Wir müssen, glaube ich, zusammen machen. Mikrowellenpopcorn. Wie haben die meine Mikrowellenpopcorn? Die bekommst du. Hast du Mikrowellenpopcorn ohne eine Mikrowelle? Krissi, die kriegst du. Ich habe echt keine Mikrowelle. Ey. Wo ist die Nummer drei? Äh, andere Seite. Vielleicht? B... B... Äh... Pombeer. Du weißt, was der Teil ist einfach irgendwie auf. Wir spielen alles an. Pombeer. Die Nummer vier mache ich an der Stelle auch mal auf. Aber ich mache alles auf und dann verteile ich das. Ja. Und was mache ich jetzt hier? Ähm... Magst du die? Das sind Nic-Nacs. Nehm die. Okay. Wir können die ja aufteilen. Die Nummer fünf nehmen mache ich dann auch auf. Äh, wo ist die? Da. Oh, ich habe die schon aufgemacht. Äh, geht nicht. Haha, nur ich darf die aufmachen. Guck mal. Achso, ich habe daneben, ich habe daneben gemacht. Ich habe das dann... Nur ich darf die aufmachen. Ah! Wieso geht das nicht? In Nummer zwei. Ofenschips Paprika. Paprika. Ich liebe diese Ofenschips. Diese Griffelten sind einfach... Diese Griffelten sind einfach so geil. Okay. Okay. Wo ist die sechs? Ah, die war auf der anderen Seite, glaube ich. Ziemlich sicher, weil ich hier. Sechs, sechs, sechs. Da, da, da oben. Ich sag nur ganz auf sechs miteinander. Nein. Und... Und... Willst du mir mal zeigen? Ähm... Das sind hier jetzt... Äh, Chips... Okay. Wer möchte die von euch haben? Wir spielen zu dritt. Wir spielen zu dritt. Wir spielen zu dritt. Okay. Schärerischein Papier. Ich bin raus. Juhu! Dankeschön. Welche Nummer ist jetzt? Ich treue da ja nicht mit euch beiden. Sieben, 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 sieben. Ich möchte die... Ja, da sieht zuerst. Sie darf aufnehmen. Okay. Dann mach mal auf und schau, was drin ist. Dubidubi Duba. Was ist das? Dubidubi Duba. Dubidubi Duba. Dubidubi Duba. Ich mag die, glaube ich nicht. Echt nicht? Was? Scherein Papier? Scherein Papier. Alle zurück hier? Ja, okay. Aber wenn es so kommt, dann geht es weg. Scherein Papier. Scherein Papier. Scherein Papier. Ja, Mann. Es hat gewonnen. Oh, ja. Das war der Schere, Mann. So. Weiter geht's mit 8. Die kann ich auch direkt aufmachen, oder? Ich bin mal so nett. Oh, nee. Oh, die sind das hier. Honig und Senf, Dinger. Die sind voll lecker. Ja. Honig und Senf? Ich möchte die echt nicht. Nein. Senf ist cool. Nein. Und Honig ist cool. Ich finde ja witzig, dass es hier rund um ein Türchen gibt. Ich öffne die. Ne, Chris, die öffnen. Chris, die öffnen auch mal. Genau. Wo machen wir das denn auch? Äh, da. Ne, da. Ah. Brezel. Ich mag die. Alle, oder? Ich mag die. Ich nehme die dann doch gerne. Die. 2. 3. 2. Wie wärst du am wenigsten? Da. Ja, ja, ich hab zwei. Du bist dann, oder? Und jetzt kommt es auch schon die 10? Egal, was drin ist. Ich nehme es an. Ich nehme es an! Woaaah! Ich nehme es an. Was sind eure Lieblingstipps? Gibt es irgendwas von den Sachen bisher? Nummer 11 darfst du jetzt aufmachen. Wo sind die 11? Nicht auf der Seite. Nicht auf der Seite. Sie ist auf der Seite. So, mal schauen, was da drin ist, was wir da leckerst drin haben. Was ist das? Red Paprika Chips. Die sehen so süß aus in meinem Kopf. Es ist echt lustig, wie klein die einfach sind. Hier, die zwölf, hörst du die wieder aufmachen, Ash? Oder Chrissi oder irgendjemand? Ich kann sie, Chrissi. Du bist echt doof, oder? Das Ding ist da. Ah, ok. Lisse. Erdnisse. Fikant gewört. Fikant. Was ist Fikant? Nein, das ist Fikant. Nimm einfach du die in der Passat. Das ist Fikant. Du kannst sie ja mal probieren. Ok, wir sind hier sehr großzügig heute. 13, ist da. 13. So, weiter geht's mal 13. Mal schauen, was in der Datum haben. Ich darf ja auch machen. Oh, es ist ein kleines Fach. Mal schauen, was drin ist. Vielleicht wieder erntest du? Wer weiß. Ne, lol. Oh, das ist das. Sesam. 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 Also, die sind hier so aus, wie sie Goldfisch lief. Die haben hier. Ja, das ist super. Ok, stelle dir schon Papier zu dritt. Weil anschein mögen wir das alle. Wenn wir alles mögen, dann bekommt der... Alles klar, zu dritt. Stelle dir schon Papier? Stelle Papier. Nicht immer mit meinem Stamm. Oh, mit einer Runde. Echt? Mit einer Runde. Oh, mein Gott. Ey, das ist doch unfair. 14, kann ich das nicht machen? So, 14 haben wir hier oben. Schauen wir mal, was da drin ist. Oh, lol. Ach so, hatten wir das nicht. Wollen darf ich machen? Kannst du auch machen, du weißt? Also, wir mögen die alle, oder? Ja, ne? Ja, nimm du einfach. Okay, stelle dir schon Papier nochmal. Sicher? Ja, sicher. Schere, schneiden ein paar Paper. Oh, nein. Oh, lol. Hä, aber... Hä, aber du hast... Aber ich habe ihn. Aber ich habe dich. Kaputt. Und er hat mich... Nochmal! Schere, ein Papier. Okay, er hat schon mal raus. Ich habe mich wohl damit richtig ausmachen genommen. Mann! Mann! Da warte ich die 15 Leute auf. Aua. Aua. Ich habe mir wehgetan. Okay, und nochmal. Aua. Aua. Oh, ey, Alter. Nimm du die mal. Du hast voll wenig hinten. Die Sachen, die haben lecker. Wir gucken mal am Ende übrigens, wie viel da jetzt zusammen drin war. Weil ich glaube, es ist doch echt sehr viel. Ich glaube, es ist doch echt sehr viel. 15, 16, muss 16. 16 wahrscheinlich auf der anderen Seite. Tada! Da unten links. So, mal gucken, ob wir noch irgendwelche Pommes oder sowas vielleicht finden. Weil die war eine kleine Sumater. Popcorn! So, nie. Das ist die Mikro-Belle Popcorn. Was soll man mit dem Mikro-Belle eigentlich machen? Die legen wir einfach hier hin. Die Mikro-Belle Popcorn. So, heute muss man eine Mikro-Belle holen. Der 16, muss die 17. Ich glaube, auf der anderen Seite war die. Das ist die 17. So, schauen wir mal, was da drin ist. Vielleicht ist da irgendwas... Oh! Und hier, Honig und Senk. Das ist die 18. Ich möchte auch mal was haben, weil... Das ist die 18. So, eine Pudel-Mutzi-Mütze. Aber jetzt gibt mir auch was. Ja, die magst du das safe, oder? Ja, safe, ne? Und weiter geht's mit der 19. Ja, hol. Da ist... Wir kommen Weihnachten immer länger, Leute. Das lang ist Weihnachten. Wir hatten auch schon zweimal Weihnachten. Uh, Kesselnüsse. Ja, die magst du das safe, also wirklich. Oh, Junge! Die würdest du mögen. Die 20? Ah, ne? Die zweite Seite irgendwo. Da. Tada! Mal schauen, was wir da drin haben. Also, man muss sagen, der Dings lehrt sich ja echt langsam, echt schnell. Na, hier auch mal. Noch jemand drauf, Box? Ne, es geht auch. Pombeeren. Oh, jetzt ist das kleine Pombeeren. Ihr mag ihn? Ich mag ihn nicht. Du magst echt nicht? Ich auch nicht. Die sind gesalzen. Original. Chips sind Chips, Alter. Gut, weiter geht's mit der 21. Äh, hier oben. Offen. Okay. Oh, ich... Okay, nicht, dass wenn die beiden Finger... Guck mal, wenn die beiden Finger so inzwischen sind, wie zifft. Ja, das tut wie... Ah, ja. So, Paprika... Red Paprika... Gibt's denn nicht auch Yellow Paprika Chips? Ne, oder? Äh... Die sind eigentlich immer Rot Paprika, ne? Komm, Chrisli. Äh... Ich schaff das alles nicht. Ich krieg dir die ein. Nein, nimm du die. Nimm du die, nimm du die. Chris, ich hatte uns gerade was geschenkt, als wir nicht da waren. Oh Gott. Ja, ich hab wieder was zurückgegeben. Ehrenfrau, Alter. So, 22. Mach ich mal. Alter, ich muss kurz verschlürfen. Verschlürfen? Verschlürfen? Ich find das Ding nicht. Ach so, ach da. Da. Dam, 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 da. Zu schwach. Tada. Fischen die Sesam-Dinger mal wieder hier am Start. Die Kamerafrau doch auch mal, oder? Die Kamerafrau darf die 24. Nein, du möchtest doch die 24. Stimmt. Ich hab das... So, 23 ist für Chrisli bestimmt. Chrisli, öffne. Öffne die 23. Da kommt jetzt was richtig leckeres raus. Erdnüsse. Geil. Erdnüsse. Proteinquelle. Ey, ich bin ja echt gespannt, was da 24 drin ist. Möchte jemand müsse? Damit ja auch mal ganz anders. Äh, die 24 haben wir auch irgendwo hier gehabt. Hier oben links der Ecke. So, Leute. Schreibt mal jetzt nochmal an, was denkt ihr ist da 24 drin? Was könnte da drin sein? So, bei so nem, äh, bei so nem, äh, bei so nem Fanny Frisch Pombeer Ötiotio. Das könnte... Vielleicht Ketchup-Pombeeren. Ne, selbst nicht. Ich weiß es nicht. Ne, genau. Es ist immer schon, äh, schon ein bisschen Schhhhhh. Schhhhhh. Schiff, Panny Frisch. Oh, ich, ganz ungarisch. Ungarisch, das Dingern. Oh, nee. Schhhhhh. Nein. Oh, hey. Hä? Die 24 sind normale Flächen? Nicht besonders? Warum hat der keine große eigentlich reingemacht? Nichts besonderes. So nen richtig. Ah ja, das ist besonders, das sind Chips an Weihnachten, Mann. Ja, Juni, in einem anderen Kalender ist nur 24 irgendwas riesiges drin. Ja, jetzt zum Beispiel den Preels, da war so eine riesenfette Preelspackung drin, man. Ach nee. Wollen wir uns ja nach dem Supermarkt gehen und einfach selber einholen? So eine Großpackung? Ja. So läuft das jetzt. Uiuiuiui. Der, Mama. Das ist jetzt der Kleine, das war wieder ganz... So, jetzt schauen wir mal, was alles insgesamt drin war. Und noch mehr. Alter, das ist voll viel, Mann. Das reicht, glaube ich, wirklich für den ganzen Monat. Das würde mal... Okay, 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 das ist doch echt viel. So, das war jetzt das Video, vor allem im Adventskalender. Hier in der Mitte könnt ihr den Kanal abonnieren, links und rechts in zwei Warten, wie ihr euch auch anschauen könnt. Ey, wir haben ein Dieb. Ey, wir sind zwei und schau. Schnell hinterher. Schnell hinterher.